Hallo Leute, hier ist euer Unboxer König. Heute zeige ich euch mal mein neues Spiel, das ich unboxed habe, oder unboxen, tour, nämlich Rayman Origins für die, für den 3DS. Ich hatte es mal für die Playstation 3, aber dann habe ich es mir doch für die, habe ich es verkauft und jetzt habe ich es wieder gefunden bei, ja, habe ich es gefunden halt wieder und habe es gedacht, ich hole es jetzt, weil ich es nicht mehr habe. Hier Rayman Origins, hier unterschrieben, hier ist das Zeichen, ja, USK ist ab 6 Jahren freigegeben, hier, Nintendo 3DS, Rayman Origins, mit Rayman und Globox, dann haben wir ein Online-Code, und hier die Anleitung. Die Anleitung, 20 Seiten, wow, ist also mal ein bisschen dicker als sonst, zwar nicht in Farbe, aber hier werden die Charakter auch gesagt und erklärt, und auch die Gegner. Ja, hier die Karte, und ja, das war's mit dem Unboxing, und ich sage, tschüss, bis zum nächsten Video, abonnieren und liken nicht vergessen, schön, dass ihr mich weiterhin abonniert, und ja, dafür freut mich auch, vielen Dank, tschüss.